Gerade beim Einschalten der Kamera ging mir die Speicherkarte kaputt, sodass ich jetzt vor der Kamera nicht aufzeichnen kann. Und da habe ich mir gedacht, dann mache ich es halt eben im Off. Grüße Sie und Grüße Euch. Wir wollen nur ein ganz kleines Mittelfrist-Update machen, wie es ungefähr weitergehen wird. Die Hoffnung beruht ja jetzt auf dem goldenen Oktober, der in der kommenden Woche zumindest phasenweise mal kommt, aber nicht lange Bestand haben wird. Schauen wir uns mal das Ensemble für den Norden Deutschlands an. Die Linien, die kennt ihr größtenteils. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bund finden. Unten sind die Niederschlagsignale. Je mehr Signale wir unten haben, desto nasser ist es. Und da gibt es im Norden nur mal kurz eine Phase, wo es einigermaßen trocken sein wird. Und zwar dann, wenn der Temperaturanstieg ist, dann geht es wieder runter und wir bleiben bei unterdurchschnittlichen Temperaturen. Die Hilfslinien hier, die 10 Grad Isotherme bedeutet, da haben wir definitiv goldenes Oktoberwetter. Das ist eine Luftmasse, die kommt entweder tief vorderseitig herangezogen, das wäre dann windig und warm, oder mit einem kräftigen Hoch. Das hat um diese Jahreszeit dann auch sehr milde Temperaturen, Nebel im Flachland und Sonne auf den Bergen. Und die untere Linie, die minus 5 Grad Isotherme, deutet darauf hin, dass es mal bis ins höhere Flachland, wenn Niederschläge auch vorhanden sind, diese als Schnee runterkommen können. Zumindest aber geht es hier an die Nachtfrostgefahr. Im Westen, da ist der Wärmebuckel so ein bisschen höher. Die Temperaturen sind ringsherum durchschnittlich. Jetzt am Wochenende gibt es noch Regen, dann bleibt es mal für einige Zeit trocken. Später haben wir leichte Niederschlagsignale. Im Osten sind wir bei unterdurchschnittlichen Temperaturen, werden kurz durchschnittlich, dann wieder unterdurchschnittlich. Die Niederschläge sind hier nicht allzu groß, außer das, was jetzt am Wochenende an Regenfront durchziehen wird. Und zwar vor allen Dingen am Samstagnachmittag. Dann bleibt es größtenteils wieder trocken. Im Süden Deutschlands gibt es jetzt ein größeres Niederschlagsgebiet wieder, das von Samstag bis etwa Montagvormittag reichen wird. Danach steigen die Temperaturen kurzzeitig und kräftig an. Unten bleibt es trocken, bedeutet, da haben wir richtig goldenes Oktoberwetter. Dann gehen die Temperaturen wieder zurück auf Normalwerte. Der sogenannte Hauptlauf hier in hellgrün geht ziemlich weit nach unten und außerdem kommt es wieder zu Niederschlagsignalen. Da können wir schon mal zusammenfassen, die goldene Oktoberphase währt nur wenige Tage. Wenn wir noch nach Wien schauen, da haben wir ein ähnliches Spiel. Auch hier gibt es nur ein paar trockene Tage. Dann wird es wieder leicht wechselhaft und bei unseren Nachbarn in der Schweiz, in Genf, ebenfalls jetzt ein paar Regenfälle. Dann ein paar trockene, goldene Tage, ehe es wohl wieder leicht wechselhaft werden wird. Nehmen wir noch einen 35-Tage-Trend mit rein und schauen auf die Mitte Deutschlands. Hier bleiben die Temperaturen immer leicht unterdurchschnittlich oder durchschnittlich. Und da wir ja schon dann bis Anfang November gehen, gibt es natürlich erste Läufe in der letzten Oktoberdekade, die unter die minus 5 Grad Isotherme gehen und was auch auffällig ist, es sind immer wieder Niederschlagsignale vorhanden. Das bedeutet, eine beständige Witterungsphase über einen längeren Zeitraum wird es einfach nicht geben. Das ist immer, wenn dann nur, tageweise. Die gemittelte Wetterlage für den 15. Oktober sieht wie folgt aus. Ihr seht da in der Mitte Deutschland, dann Schweiz, Österreich, Italien, erkennt ihr schon. Direkt über Deutschland ist so minus 20 eingezeichnet, spricht für 5,5 Kilometer Höhe. Und eine gewisse Labilität. Und die Schattierungen der Orangetöne zeigt auch leichten Tiefdruck in der Höhe. Ungeachtet dessen, dass es am Boden leichten Hochdruck gibt. Also es spricht für eine leichte Wechselhaftigkeit. Die Temperaturen liegen in 1500 Meter Höhe bei oben und etwas unter 5 Grad. Und im Vergleich zum langjährigen Mittel ist das leicht negativ. Gehen wir einen großen Schritt weiter. Und jetzt wird es spannend. Jetzt sind wir bei Anfang November, der 3. November. Da haben wir ein steuerndes Tief vor Island und Grönland, also südwestlich von Island. Ein weiteres so nördlich von Russland. Und dann noch ein Tief. Und das könnte es interessant machen über den mittleren und westlichen Mittelmeerraum. Und daraus ergibt sich ein großer Höhentrug in 5,5 Kilometer Höhe. Der ist nicht stark ausgeprägt, aber eben schwach. Und das bedeutet, in der Zone, wo ihr die 5,5,2 seht, der Übergang von Gelb auf Grün und die Linie, die ich eingezeichnet habe, in diesem Bereich ist ein Wechsel zwischen kurzen Hochdruckphasen und dann wieder Tiefdruckphasen. Und mal wird mildere, mal wird kältere Luft mit eingebunden. Das heißt, eine gewisse Wechselhaftigkeit von der Grundwetterlage bleibt uns bis Anfang November erhalten. Die Temperaturen liegen immer noch bei 0 bis so maximal 5 Grad in 1500 Meter Höhe. Im Norden und Nordosten sammelt sich natürlich jetzt die Kälte. Im Vergleich zum langjährigen Mittel haben wir durchschnittliche Temperaturen. Wenn wir aber mal nach Norden schauen, so Grönland bis rüber nach Nordrussland, da sind die Temperaturen weit überdurchschnittlich. Wir können als Fazit zusammenfassen, das Wochenende wird jetzt erstmal unruhig mit Regen, vor allen Dingen im Westen und Süden. Danach kommt ein kurzer Block mit goldenem Oktoberwetter, mit sehr milden, teils auch noch warmen Temperaturen von um die 20 Grad und der Chance auf Sonnenschein. Dann geht es wechselhaft weiter. Mal gucken, ob ihr mich morgen seht oder hört. Bis dahin! Mal gucken!